Frohe Weihnachten aus Bremerhaven, liebe MMORPG-Hörer! Ich lese euch ein Märchen vor, ein selbstgeschriebenes, der alte heißt es, und weil es selbstgeschrieben ist, ist es von mir. Es war einmal ein alter Mann, der Tag ein, Tag aus auf seiner Bank vor seinem Hof saß und beobachtete, wie seine Felder bestellt wurden. Seine Söhne hatten den Hof längst übernommen, nur leider fand der alte keinen Platz mehr, ihnen zu helfen. Immer wurde ihm erklärt, dass man heutzutage viele Salate produzieren müsse, dass die Zeiten sich einfach geändert haben, eher zu alt und zu schwach sein. So nahm er eines Tages seinen Gehstock und einen Sack voll mit Proviant, um beschloss fortzugehen. Nach einigen Stunden sah er ein Pferd, angelandet in einen Zaun und um den Hals ein Schild. Auf dem stand geschrieben, dieser Gaul ist so alt, dass er als Wurst nicht schmecken würde. So nahm der Alte das Pferd an sich, und sie liefen am Tage, schliefen in der Nacht. Wenn sie durstig waren, tranken sie, und wenn sie hungrig waren, aßen sie das, was ihnen die Natur bot. Am dritten Tage ihrer Reise kamen sie an eine große Kreuzung, wo ein Huhn frei umherlief. Dieses trug auch eine Nachricht mit sich, in der geschrieben stand, dieses Huhn ist seines Futters nicht wert, zu mager für die Suppe, zudem legt es nur noch ein Ei die Woche. Der Alte nahm auch dieses Geschöpf an sich, da es ja auch wertvoll war. Und er setzte es auf den Rücken seines Pferdes. So zogen die drei ihres Weges, ohne Ziel, aber sie hatten ja viel Zeit. Am siebten Tage ihrer Reise kamen sie an einen alten Hof vorbei. Der Alte klopfte an die Türe, und ein Bauer öffnete. Hätten Sie ein Glas Milch oder ein Leib Brot für mich und für meine Tiere etwas Wasser? fragte der Alte hoffnungslos. Doch der Bauer erwiderte wütend, Schaut euch meine Felder an, hier wächst schon seit Jahren kein Korn mehr. Selbst meine Tiere sind verdurstet, und bevor ich es ihnen gleich tue, ziehe ich in die große Stadt und suche mir Arbeit. So zog der Bauer seines Weges und ließ seinen Hof zurück. Der Alte ließ sich mit Pferd und Huhn auf diesen nieder. Er reparierte Haus und Stelle und sogar den alten Flug, den er fand. Mit all seiner Erfahrung bestellte er die Felder, ohne Eile, denn er hatte ja viel Zeit. So wuchsen mit der Zeit die Salate, saftig grün und groß wie Melonen, und selbst das Huhn begann wieder fleißig Eier zu legen. Nach der Ernte beschloss der Alte, seine mit Liebe und Erfahrung gezogenen Salate und die wunderschön großen, strahlend weißen Eier auf den Markt in der Stadt zu verkaufen. Er spann das Pferd vor den beladenen Wagen, setzte das Huhn auf seinen Rücken, und so fuhren die drei in die große Stadt. Dort angekommen, sah er hektisches Treiben und Händler mit Bergen von Früchten hoch wie er maß. Beeindruckt, aber nicht entmutigt, stellte er seinen Stand auf, als er Stimmen aus dem Hintergrund hörte. Schaut mal an, unser alter Herr mit zwei Dutzend Salaten und einer Handvoll Eier. Sollen wir uns nun fürchten? Wir haben hunderte Salate und werden keinen wieder auf unseren Wagen laden. Es waren dem Alten seine Söhne, die ausgerechnet auf dem gleichen Markt ihre Salate verkauften. Diese gingen laut lachend zu ihren Stand, doch der Alte war unbeeindruckt von dem Geschwätz seiner Brut und platzierte seine Salate, jeden einzeln und liebevoll auf seinen Verkaufstisch. »Was für schöne Salate haben Sie, mein Herr! Ich hätte gerne einen,« sagte eine Dame mit braunem Mantel und rotem Kopftuch. Ein anderer rief, »Und schaut euch diese strahlend weißen Hühnereier an! Ich will gleich zwei!« Das hörten auch viele andere und nach kurzer Zeit waren alle Salate und alle Eier verkauft. Da staunten die Söhne nicht schlecht. Da hatten sie doch so geprahlt und nun hatten sie noch keinen Salat verkauft. Wochenlang schwärmten die Menschen aus der großen Stadt von den Salaten des Alten, die groß und saftig und wunderschön und grün waren wie keine anderen. So saß der Alte zufrieden und glücklich auf der Bank vor seinem Hof. Das Huhn pickte Korn und das Pferd graste auf dem Feld, während seine Söhne wohl wieder hektisch ihre Felder bearbeiteten. Und wenn die drei Alten nicht gestorben sind, dann können die Menschen in der großen Stadt immer noch die schönsten Salate und die strahlend weißen Eier kaufen. Frohe Weihnachten!